Ja, schlücklich. Vielen Dank für's Zuschauen. Best-of Nummer 2 sozusagen, Jahresrückblick Nummer 2 zusammenschneiden. Das sind so viele Gigabyte, die ich immer wieder runterladen muss, umwälzen, Sachen rausschneiden, dann muss ich es wieder in die Cloud hauen. Interessiert euch alles nicht, ich weiss. Ist auch völlig wurscht. Ich hoffe, es geht allen gut. Und ich melde mich halt eben kurz, weil das letzte Mal, als ich mich gemeldet habe, war ja noch nie Weihnachten. Und wir hatten schnell Weihnachten. Sensationell. Sehr schön gesehen, tolle Sachen. Darf ich erleben, essen, im eher kleinen Rahmen, momentan natürlich. Aber alles sehr schön gesehen. Und was kann ich euch erzählen? Ich habe, geschenkemässig habe ich es eigentlich so gemacht, mit zwei, drei wenigen Ausnahmen, habe ich es so gemacht wie mein Grossvater. Ich bin Grossvater eingekauft, und zwar von allem Möglichen, von Salami über Tee, bis zu einem Fettlöser, der ist sehr beliebt gewesen. So ein Kuchen-Fettlöser-Mittel. Das ist gelaufen wie Sau. Und sie haben alles genommen, alles, was ich irgendwie gekauft habe, hat Abnahme gefunden, bis auf den Tee. Den Tee habe ich jetzt, und der ist sehr fein. Also ich habe mich selber auch noch beschenkt in dem Ganzen. Hat sehr Spass gemacht. Und ich melde mich aber vor allem, weil wir jetzt aber langsam, aber sicher, jetzt aber langsam, aber sicher, okay, nicht mehr reden können. Das ist ja nicht so wichtig, weil die haben viel geredet. Die haben ganz viele Vorschläge eingeschickt. Und ich habe eine ganz, ganz kleine Auswahl schon vortroffen. Nämlich bei Leuten, die X eingesendet haben, habe ich zwei, drei Vorschläge. Zum Teil aussortiert, zum Teil sind sie sehr ähnlich gesehen. Dann habe ich sie jetzt zusammen hier. Dass wir am Schluss jetzt 20 Vorschläge haben von euch, wie ihr sollt heissen. Wie soll die Hörerinnen-Schaft vom Feelgood-Podcast heissen. Und es sind tolle Sachen dabei. Moodies, Mutzlis, Schüffelis, Feelers, Goodfellas, Mutzketieren, Bacherlis, Feelgooders, Feelgoodgang, Humor, Bärli, Goodies, Mutzis, Feizes. Goodfeelers, Mutzlers, Feelgoodies, Feelis, Goodies, Schöckelis und AusbrecherInnen. Damit noch völlig random einer dabei ist. Das sind eure Vorschläge. Die sind alle schön sortiert worden. Und jetzt, gerade auf Instagram, läuft eine Vorauswahl. Wir haben immer so Fünferpäckchen gemacht, die ihr euren Favoriten reintun könnt. Und aus diesen Top-Vorschlägen, denen meist gewählten, gibt es eine Endausscheidung. Das kommt dann auch auf Instagram. Da machen wir einen normalen Post. Das heisst, wenn auch immer ihr das hört, vielleicht ist es auch der normale Post, dann könnt ihr dort schon bei der Endauswahl kommentieren, was euer Favorit ist. Und das verkündet ich dann am 7. Januar. Dort wird verkündet, wie ihr ab jetzt werdet heissen. Oder besser gesagt, ab dann werdet heissen. Und welche Person diesen Vorschlag gemacht hat und somit ein einzigartiges Goodie kriegt. Ein einmaliges, einzigartiges Goodie. So eine Art Feel-Goodie. Um noch ein kleines Wortspielchen reintun. Und ja, das Goodie tut sich langsam zusammensetzen. Es wird so ein Paket. Es werden so mehrere Sachen sein. Und ja, so zwei, drei von diesen Sachen habe ich schon zusammen. Aber es wird noch etwas dazu geben, auf jeden Fall. Also das kommt auf jeden Fall. Und ich freue mich sehr darauf. Zu das Komplettieren, leise ich noch die zwei letzten Mails vor, die zu diesem Thema reingekommen sind. Nämlich vom Jan. Name für Zuhörerschaft. Hallo Joel, gerne schreibe ich dir eine Mail. Höre als großer Mundart Hip-Hop-Fan. Übrigens gerade Brandherd. Brandherd, jetzt lese ich es noch Hochdeutsch. Brandherd dazu. Shoutout an Johnny Holiday. Yes. Johnny Holiday hat ja den wunderbaren, nennen wir es Jingle, Vorspann-Sound, wie auch immer, was ihr auch heute wieder gehört habt. Hat er auch gemacht. Um weitere Namen in die Runde zu werfen, viel Goodies. Glauben wurde zwar schon in einer ähnlichen Form vorgeschlagen. Schöckelis oder Schöcklerine, inspiriert durch deinen Spitznamen Schöcku. Zudem muss ich noch etwas sagen. Die schreibt mir jetzt wieder Joel. Kennt mir Spitznamen. Ich finde es viel lustiger. Schreibt, was auch immer ihr von komischen Spitznamen habt. Jemand hat ja Aramis geschrieben. Und dann bin ich zu Recht darauf hingewiesen worden. Weil ich gesagt habe, das ist mein zweiter Vorname und es gibt ein Muskeltier, es gibt ein Parfum, es gibt ein Berg. Hat jemand zu Recht hingewiesen. Es gibt auch noch Aramis. Achtung, ich muss das gerade schnell eingeben. Da haben wir es. Das Brauereipferd. Aramis. Gibt es auch noch. Ja. Von Falschlössli. Wir sind ja nicht versponsert. Also kann ich oft sagen, dass das für denen ist. Und dann ist mir eingefallen. Richtig. Das kenne ich. Weil das habe ich sogar vertont. Ist mir dann eingefallen. Da ist das Brauereipferd. Mal schauen, ob wir ein Video finden. Da habe ich mal ganz viel Geld gekriegt. Ganz viel Geld gekriegt, damit ich das vertone. Darum mache ich jetzt Podcasts. Ähm. 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 Und zwar ist das gesehen. Ja, finden wir das noch. Mit. Hier. Gibt es ein Video. Nein. Nein. Hier vielleicht. Es hat sogar, wow. Es hat sogar eine Facebook-Seite. Mit fast 5000 Likes. Hm. Nein. So. Auch das wieder ein wahnsinnig spannender Teil für euch. Während ich das suche. Ich hätte ja vorbereiten können. Aber es ist mir erst jetzt wieder eingefallen. Hey. vielleicht ist es auch gelöscht worden. Vielleicht ist es auch gelöscht worden. Vielleicht auch zu Recht. Ich. Irgendwann hätte man mit Rachten an meiner Stimme. Auf jeden Fall. Ähm. Von der Chantal eine Mail kriegt. Hi Joel. Ich glaube, ich habe noch knapp Zeit, um einen Vorschlag für uns Hörerschaft zu bringen. Das stimmt. Ähm. Diener ist noch Trikot. Nämlich. Soeben kam mir die Idee von Fizzers, zusammengestellt aus viel und einem Nachnamen, quasi Kurzform und Abkürzung Mutzers. Ausgesprochen wie die Süßigkeit Fizzers. Also ich sehe es sogar noch falsch gesagt. Somit auch immer mit einer Kindheitserinnerung von wahrscheinlich ganz vielen HörerInnen verbunden. Ich wünsche dir wunderschöne Festtage. Mach genauso weiter und ich hoffe ganz fest, eine deiner Shows nächstes Jahr mit meiner Schwester zusammen zu schauen. Falls du das in deiner Podcast-Folge vorliest, kannst du vielleicht erwähnen, dass sie dann von mir eingeladen wird. Sehr gut. Chantal, Schwester Chantal, du wirst eingeladen. PS. Mindestens zwei UrnerInnen hören diesen Podcast regelmäßig. Liebe Grüße aus Uri. Chantal. Ja. Hey. Ich weiß nicht, wo wir in Uri genau spielen. Aber wenn man kann, ich komme auf jeden Fall mal vorbei. Und sonst schaue ich, dass ich irgendetwas in der Nähe habe. Was wäre so am nächsten für euch? Gut. Stanz ist nicht allzu weit weg. Ja. Was haben wir noch? Dort spiele ich zwar nie Solo. Ja. Ich werde irgendetwas finden. Und sonst schaut auf meiner Webseite, was für euch auch immer am gäbeigsten ist. Aber ich nehme gerne Vorschläge entgegen, wo man im Kanton Uri kann spielen. Dann schauen wir das an und dann kriegen wir das an. So. Und jetzt noch ein anderes Mail, wo wir auch verzogen haben. Von der Tanja. Lieber Joel. Gerade höre ich den ersten Teil deines Jahresrückblicks. Das freut mich. Es freut mich, dass das jemand macht, weil ich keine Ahnung habe, ob das funktioniert. Hat er gesehen anhand von den Zahlen und so. Das scheint zu funktionieren. Darum gibt es auch Teil 2. Wie versprochen. Hat er so oder so gemacht. Aber ja. Die ganze Arbeit ist zum Glück nicht für nichts gesehen. Obwohl ich mir jede Folge bereits einmal angehört habe, mag ich diese Flashbacks sehr. Mit den einzelnen Sequenzen sind bei mir auch immer Stimmungen, Emotionen und Bilder verbunden. Auf diese Weise sorgst du für meinen ganz persönlichen Jahresrückblick. Danke herzlich dafür. Sehr geil. Das freut mich riesig. Nun bin ich für einen Namensvorschlag für deine Community schon etwas spät. Ich muss dir den aber unbedingt noch mitteilen. Denn der Name ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Schmutzis. Schmutzis. Wegen Joel, Mutzenbecher und überhaupt. Schmützli verteilen tun wir eigentlich gerne. Können das wegen der Pandemie. Aber sowieso nur noch via Mail, durchs Telefon oder eben via Podcast. Ganz egal, ob der Name nun in Frage kommt oder nicht. Ich wünsche dir einen tollen Start ins neue Jahr. Danke, dass du mir mit deinem Podcast jede Woche ein Highlight in meinen Putz- und Aufräumtag zauberst. Herzlich, Tanja. Vielen, vielen Dank, Tanja. Jetzt hast du in Betriff Happy 2022 geschrieben. Darum habe ich gedacht, das wird nimmer den Namen betroffen. Und darum ist Schmutzis jetzt nicht zu be. Das tut mir jetzt leid. Für dich überlegen wir uns noch etwas, Tanja. Du kriegst irgendwie, du kriegst etwas zugeschickt von mir. Irgendein Goodie. Ein Feel-Goodie an sich. Ja. Such dir etwas aus. Machen wir es so. Such dir etwas aus im Shop. Sagst du, was du willst. Schick mir dazu. Ist gut? Das würde mich sehr freuen. Und somit vielen herzlichen Dank euch allen für eure Namensvorschläge, für eure wunderbaren Interaktionen. Und ich freue mich auf weitere Mails. Also dieser Teil ist jetzt quasi abgeschlossen. Ihr könnt aber gerne sonst Mails schreiben zu allen möglichen, wie ihr eure Festtage verbracht habt. Vorschläge für Geschenke. Weil eben jetzt habe ich es mal so gemacht. Nächstes Jahr muss man wieder etwas Neues überlegen. Wie macht ihr es eigentlich so? Wie wird bei euch geschenkt? Ich habe schon verschiedene Varianten gehört. Eben wie zum Beispiel, man kauft nur ein Geschenk. Und das wird dann ausgelöselt. Wichteln. Alles Mögliche. Und irgendetwas muss ich mir auch wieder einfallen lassen. Vielleicht etwas, was ich auch einführen kann bei uns in der Familie. Wo ich sage, hey, ab jetzt machen wir es so. Und dann haben alle vielleicht weniger Stress und schenken nicht unnötiges Zeugs oder so. Das wäre vielleicht eine Idee. So. Das wäre es, glaube ich, auch schon. Das ist eine kurze Folge heute. Ich weiss. Aber es ist wirklich, ich bin völlig im Schneidenwahn. Ich mache es eigentlich ähnlich wie Tanja. Ich mache irgendwie da Wäsche machen und gleichzeitig Folgen durchlose und irgendwie Highlights rausschneiden. Wo ich dann zusammensetze, damit es auch sicher reicht für den 31. und dann hören wir uns sicher am 31. mit dem zweiten Jahresrückblick. Und sicher auch nächste Woche dann mit der grossen Verkündigung, wie ihr heiß erwartet. Da freue ich mich ja sehr drauf. Und hofft, ihr kommt gut ins neue Jahr, falls wir uns nicht mehr hören, falls ihr meine Zusammenfassung bis dann nicht mehr hört. Und sieg dir lieb zu einem Land. Alles lieb, bis bald. Peace. Peace.